Gleich geht's irgendwann los. Und genau so soll es auch sein. Immer wenn es heißt, das Stadtfest geht los, haben wir eigentlich immer einen guten Draht nach oben. So viel will ich mal verraten, ohne zu viel vorwegzunehmen. In diesem Jahr haben wir doch Besonderes geleistet. Mein lieber Scholli, ich kann euch Dinge erzählen, die will eigentlich gar keiner hören. Von daher, lustig war's, schön war's. Jetzt stehen wir kurz davor. Ein klassisches Pre-Opening, also Neudeutsch. Eine Voreröffnung vor der offiziellen Eröffnung. Und da haben wir uns natürlich überlegt, das kann nicht irgendjemand machen. Und trotzdem wollen wir in der Tradition bleiben. Und die Tradition sagt, wir wollen schöne Stimmen präsentieren. Und eine der großartigsten Stimmen hier im Ruhrgebiet, die gehört diesem jungen Mann. Wer schon mal bei einer Veranstaltung in Oberhausen war, in unserer schönen Nachbarstadt, und dort die Arena besucht hat, der erlebt beim Rauskommen einen Menschen, der die Leute, der alle, die dort zusammenkommen, berührt. Und das wird er wahrscheinlich auch hier mit seiner schönen Stimme. Herzlich Willkommen, Haki! Hau, ha, 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 ha! Hau, ha, 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018